Wollt ihr zum T... Sag mal... Jax... Was denn jetzt? Ja? Ich habe ein Problem. Oh no. Okay, dann sprich. Was denn für eins? Ich habe tagelang versucht, den Elex-Konsum einzudämmen. Ich habe dabei versucht, mir einzureden, dass das der richtige Weg zu wahrer Effektivität und Intuition ist. Ohne dabei überhaupt zu wissen, was... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Na? Du hast Zweifel. Ja, aber nicht des Elex wegen. Ich habe Zweifel, dass mein eigenes Volk überhaupt noch versteht, wofür es eigentlich kämpft. Wir haben die strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften erbeutet und ich habe sie ausgiebig studieren können. Es steckt viel Wahrheit und Selbsterhaltungstrieb in ihnen. Um ehrlich zu sein, hätte ich viel mehr Feindseligkeiten gegen das Volk der Alps erwartet. Doch widmen sich die meisten Pläne, die ich studieren durfte, der Selbstverteidigung. Das ist nicht besonders verwunderlich. Oder sind wir immer noch verblendet wie damals, als alle blind dem Hybriden folgten? Du weißt es nicht? Ich folge den Lehren unserer Agenten und der Commander. Doch hatte ich noch nie einen unverblümten Einblick in deren Befehle, geschweige denn. Ich verstehe. Du willst strategische Pläne der Alps erbeuten. Ich sehe keinen anderen Weg, meine Zweifel aus dem Weg zu räumen. Ich weiß von einem Spähtrupp einiger Trooper oberhalb des Depots. Lass uns dort unser Glück versuchen. Ja, aber der Falk hat jetzt die ganze Zeit schon gewartet. Wir machen das gleich, ja? Exzellent. Ja, wir machen das gleich. Der arme Falk, der wollte auch jetzt auf die Schnauze kriegen. Ich speichere sogar vorher. So, Tjalk. Äh, gibt es einen Grund, warum du mich so anstarrst? Nun, ich... Ja? Naja. Er will mit dir kämpfen. Was? Warum? Brauchst du Training? Ähm, im weitesten Sinne. Aber nein, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn, fürchte ich. Du fürchterst? Hm, meinetwegen? Nein, eher das Gegenteil. Was? Kurz gesagt, er möchte, dass du ihn vermöbelst. Wie bitte? Was? Das ist jetzt vielleicht etwas zu salopp dahergesagt. Der einfachste Weg wäre es, dich zu provozieren. Aber das wäre ja ein sehr unhöflicher Akt. Also... Okay, Jungs, Schluss damit. Egal, was ihr genommen habt, aber ich habe gerade keine Zeit für so einen Unsinn. Also, wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe zu tun. Tja, das ist ja nicht so gut gelaufen, hä? Nun, ich könnte ihn ja auch einfach so angreifen. Lass mal gut sein. Tjalks Worte waren deutlich. Ich schätze, er würde es dir übel nehmen, wenn du so etwas Feindseliges versuchst. Wir lassen ihn besser in Ruhe und suchen uns ein anderes Opfer. Nicht nötig. Ich habe bereits, was ich brauche. Im Ernst? Aber du sagtest doch... Es ist wie bei einer Doktorarbeit. Ein negatives Ergebnis ist auch eins. Man muss die These, die man beweisen will, nur gut genug recherchieren und bearbeiten. Auch wenn sie sich als absoluter Unfug herausstellt, gilt die Doktorarbeit trotzdem als gelungen, wenn sie umfangreich und akkurat genug ist. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das macht nichts. Wichtig ist nur, dass du mir geholfen hast, mein Teilziel zu erreichen. Vielen Dank. Lass uns weitermachen, während ich meine gesammelten Daten auswerte. Wenn du später noch einmal Zeit für mich hättest, dann versuchen wir noch ein weiteres Experiment. Okay? Natürlich. Natürlich versuchen wir das, Falk. Okay, das war es also. Achso, warte. Ja, hier. Ich brauche dich nicht mehr. Ja. Natürlich, natürlich. So, dann machen wir gleich als nächstes das hier. Wir machen nur noch Gefährten-Sachen, ne? Die ganze Zeit. Ich müsste mich eigentlich um mein eigenes Wohlbefinden kümmern, aber... Gut. Sehen wir uns deinen Alpspäh-Trupp an? Ja. Tun wir das. Na dann. Eine Sache wäre da allerdings noch. Ich will nicht, dass ihnen auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ach. Ich weiß, das musst du nicht explizit erwähnen. Doch, muss sie. Also sieh zu, wie du an ihre Pläne kommst, ohne dass sie es merken. Okay? Ich werde es versuchen. Wie war denn das da oben? Das war noch nicht alles. Dann los. Möge die Direktive uns leiten. Die oberste Direktive. Kein Kontakt aufnehmen, oder wat? Wo ist denn das Viech hier? So, tach Leute. Ich bin der Bodeninspektor. Ich soll hier einfach mal gucken, wo die Eisenbahnen sind. Ach, da hinten. Die stehen hier alle so rum. Hier ist ja überall Zeug. Das gefällt mir schon ganz gut. Entschuldigung. Nee, jetzt erst mal hier. Ob das wirklich... Ich weiß gar nicht, wo der Zettel ist. Das sind die Pläne, die Nürer haben will. Ich sollte mich jetzt schnell verdrücken. So, komm mal her. Folgendes. Ihr sind die Pläne der Alps. Ja, das sind sie. Für mich fühlt sich das an wie Verrat. Gefällt ihr sehr, okay? Es ist Verrat. Wir haben strategische Kriegspläne deiner Anführer gestohlen. Also viel Schlimmeres könnten wir nicht tun, um die Alps gegen uns aufzuhetzen. Dann behalten wir diesen Vorfall besser für uns. Du siehst das doch genauso, oder? Besser wäre es. Gut. Ich werde mich nun dem Studium der Pläne meines Volkes widmen. Wenn du jetzt nichts Wichtigeres hast, würdest du mich entschuldigen? Natürlich. Oh nein. Ach, langsam. Okay, ich weiß, als nächstes, wir sollten uns wirklich mal um unseren eigenen Scheiß kümmern, ne? Das kann nicht lange gut gehen. Ah, ich glaube, es geht auch immer weniger gut. Wir sind jetzt schon mittendrin, statt nur dabei. Verdammt. Ah, scheiße. Schon wieder. Ah, was mache ich hier? Was, was habe ich gemacht? Ich will, dass es ausfällt, werde ich mich da abkümmern. Ah. Sind wir etwa... Oh ja, wir sind wieder zurück. Wir sind jetzt beim Hauptdingens. Nice. Das gefällt mir irgendwie gut, aber irgendwie nicht. Irgendwie gar nicht. Da sind wir wieder zurück. Hat uns wohl vermisst. Hat uns wohl vermisst. Das war's für heute. So, dann gönnen wir uns mal, wenn es hier schon rumliegt und wenn wir schon mal da sind. So, bisschen Blumentopf, bisschen Pfeile. Was passiert eigentlich, wenn wir den Solo-Modus, da gibt's ja diesen, ne, man kann ja leveln, dass man Solo viel stärker ist als mit, als mit Begleitung. Okay, komm mal her. Na, mei du Bumsfliege. Keine Lust, da hinten runterzufallen irgendwann. Wo ist er denn? So, ich stehe da zurück, als ich dachte. Ich frage mich halt, wenn wir das lang genug hinauszüge mit dem Selbstheilen, ob wir nicht irgendwann Game Over sind, weil wir dann wirklich im Hive aufwachen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht mutieren oder so. Oh, ich schwöre so'n König der Löwen-Ding. Ah, ja. Ah. Wahrscheinlich der Typ, der da grad stand, ne? Jo. Prima, vielen Dank. Und da steht noch der nächste. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber warum auch nicht? Ein Hähnchen zwischendurch ist auch mal nice. So, dankeschön. So. Da unten haben wir noch so'ne komische Grille. Ich will mich ja gar nicht durchkämpfen, aber irgendwie mach ich's trotzdem gerade. Vielleicht weil Kämpfe mehr Spaß machen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war aber Gewinn. Äh, wir krabbelten da hin. Äh, wir krabbelten da hin. Wo sie jetzt hin, das weiß ich nicht. Da oben ist der nächste Geier, aber ein größerer diesmal. Ki, 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 ki. So, ich hab das Gefühl, man muss hier sehr vorsichtig sein. Oh, noch ein Porter. Wusst' ich's doch. Okay, testen wir das Ganze mal. Oh, noch mal. Sitz! Sag mal, ne, da unten komm ich nicht ran, ne? Der hier runtergefallen ist, der ist... Oh, doch komm ich. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich speichere mal lieber. Vorsichtshalber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott. Ja, so. So, vielleicht kann man da unten auch noch stehen, aber ich glaube, da unten kriegen wir Damage. So. Gut. Den Teleporter holen wir uns auch mal. Haben wir uns verdient. So. Canyon-Klippen, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. So, und alles rein da. Energiezelle, Plastikmasche. So. Plastal. Ob es möglich ist, Elex 2 durchzuspielen? Ohne auch nur einmal zu leveln, irgendwelche Waffen mitzunehmen oder sonst irgendwas? Vielleicht mit der, vielleicht mit der Anfangswaffe eventuell, mit dem Metallrohr oder so? Was ist das denn hier? Was ist das? Hier ist es halt sehr dunkel. Ist das gut, dass ich rumlaufe? Okay, Speere. Aber hier sind keine Viecher irgendwie, ne? Hier ist ein Rest, ich glaube, Straße. Da drüben ist ein Galgen, wenn ich es richtig sehe. Das sieht zumindest aus wie ein Galgen. Ich guck gleich mal. Ich glaube nicht, dass die Fremden ein Galgenkonzept haben. Also werden das wahrscheinlich... Irgendwelche... Oh. Junge, Junge, wie es hier aussieht. So. Guck mal, sieht halt auch... Huch. Sieht auch aus wie Pilze einfach, ne? Ich sag, es ist irgendwie so sehr, sehr fungal hier alles. Bei den Fremden. Okay, das sind keine Galgen. Das sind... Okay. Aber das Konzept ist doch bestimmt nicht von den Fremden, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß zwar nicht, warum ich mir das nicht vorstellen kann, aber... Ich weiß nicht, ob ich drei auf mich wüte. Ich weiß nicht, ob ich drei auf mich wüte. Mist. Mist. Nein, komm schon. Das war knapp. Der hat mich leider ein paar Mal öfter erwischt, als ich wollte. Okay, wo bin ich hier? Dann gurgel ich mir mal eben Trank rein. So, in der Hoffnung, dass einer reicht, weil wir ja Self-Heal haben und ich bin großkotzig genug, dass ich denke, das wird reichen. Da war wieder die Stimme. Da war wieder die Stimme. Ich konnte sie diesmal aber nicht hören. So, danke schön. Was war das denn hier früher mal? Ich frage mich halt, ob die Gebäude hier von einer bestimmten Fraktion sind oder einfach nur irgendwelche Gebäude. Ich habe zuerst gedacht, das könnte vielleicht von den Klerikern gewesen sein, aber irgendwie... Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Ach so, ein Abartiger. Das ist ja ein Abartiger. Ich dachte, das ist ein anderer mit einer Klaue. Ach so. So, sieben Elex. Geil. Oh, ein Truhen. Einfach so, unverschlossen. Geil. Was für ein Geschenk. Vielen Dank. Mit dem Teller. Als Bonus. Ich lebe dies live. Unfassbar. Ach du Scheiße. Okay, das werden langsam ein bisschen viele. Dafür brauche ich Falk oder irgendwen anders. Das ist mir zu... Ich meine, wir könnten es schaffen. Aber will ich das? Alleine? Eigentlich schon. Scheiße. Okay, mal gucken, was passiert. Da war wieder eine Stimme. Die irgendwas gesagt hat. Ähm. Äh, okay. Schon wieder die Stimme. Ich bin mal vernünftig. Ich mach das, äh, ich mach das mal später. Ja. Hier müsste gleich noch ein Piepmatz sein. Irgendwo. Uäh. Hier war das. Ich hab, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wo wir sind und was ich hier eigentlich mache gerade. Ich laufe die ganze Zeit einfach nur rum, kämpfe, loote, kämpfe, loote. Aber ich bin ganz ehrlich, das sind ungefähr 70% aller Folgen. Und dazwischen ein schönes, langes Gespräch. So. So. Das müssen wir bei Elex 1, als ich das erste Mal zur Eis, in Richtung Eiskrone bin. Mit dem Unterschied. Mit dem Unterschied, dass ich hier sehr verwirrt bin, wo ich überhaupt bin. So, das wollte ich gerade sagen. Bei der Eiskrone war es leichter zu navigieren. Hier habe ich, äh, echt Probleme damit, mich zurechtzufinden. So, warte. Hier hinter habe ich doch gerade wieder was gesehen, oder? Und wir laufen natürlich nicht in Richtung Zentrum, ne? Das hatte ich gar nicht vor. Oh, Mist, habe ich mal Schock. So. Da drüben müsste gleich noch einer sein. Ich glaube, oder ist das... Der ist nicht tot. Ist auch kein Tracker, ne? Geißelzecker, alles klar. So. Bewacht hat ja aber nichts, ne? Die hingen ja nur so rum. Ah, doch. Guck mal. Bisschen was. So, hier. Da. So, Truhe. Okay. Vielen Dank dafür. Das, äh, sage ich auch irgendwie 30 Mal in der Sekunde, ne? Äh. Was hat mich hier gerade... War das oben? Oder war das... Ach, das war da. Okay. Okay. Aber, ist das hier so ein Ort, wo wir wieder was rausziehen können? Ne, ne? Wo wir eine Probe nehmen können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns mit der Quest schon hier reinschicken. Ich glaube, ich bin einfach nur doof, weil ich hier rumlaufe. Oh, ne Lok. Ja, geil, ne Lok. Ich glaube, deswegen sind die eigentlich gelandet. Einfach nur der Lok, deswegen. Das hat sie angelockt. Ach. So. So. Mal wieder so'n Scheißhausfliege. So. Ich glaube, ich düse dann auch gleich wieder zurück, ne? Das ist natürlich alles sehr cool hier. Aber so richtig zielführend ist das mal wieder nicht. Ich lass mich sehr gerne davon ablenken. Und die Kämpfe machen mir auch Spaß, ne? So ist es nicht. Nice. Das andere Ding ist aber abgehauen. Wow, wie loyal. So. Wo ist'n der? Da. Was war das denn? Hä? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Hä? Das war ja weird. Einfach, einfach abgestürzt. Aus Grund Null. So. Das hier sieht aus wie ne Wand. Irgendwie. Aber irgendwie. Ist das noch keine? Oh nice. Das ist aber... Okay, der war ein bisschen härter. Der kleine Gen-Räuber. So. Aber... Ah, Nasio. Da hinten hab ich auch wieder welche gesehen. Ich will doch nur... Ich will langsam wieder zurück. Ich wollte gar nicht so weit. Wollte ich gar nicht. Oh. Ich will mich auch wieder holen. Ah. So. Sooo... Irgendwo oben aber wieder ne Scheißhausfliege da oben. Die wird irgendwie von allem gepullt auch. Sooo... Wird schon ein zweiter Tag. War ich die ganze Nacht unterwegs. Auf diesem großen Spaß hier. Sooo... Oh, Geschützbestie. Ach du Scheiße. Sehr effektiv ist die aber nicht. Da ist er schon besser unterwegs, aber auch nicht so effektiv. Die, das war die lameste Geschützbestie, die ich hier gesehen habe. Also die war richtig low. Uh, warum das her? Sooo... Äh... War das jetzt hier oder da oder dort? Hier sieht einfach alles gleich aus. Okay... Dann... Oh Junge, langsam bin ich aber auch durch ein bisschen. Sooo... Vielleicht weil hier alles so gleich aussieht, ich weiß es nicht. Und so viele von den Viechern... Wie viel dunkles Elex kriegen wir denn dann hier? Das ist ja jetzt. So weiß ich jetzt. Sie können hier sein, oder? Und... Also... Was ist... Ah, da. Ah, da. Oh... Ah, das ist das gemacht. Oh, das ist ja 않은! Oh... Und... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Die Schusswaffen sind ein bisschen imber, habe ich das Gefühl, weil man ein bisschen zurückweicht immer. Das geht schon sehr gut.